Ich bin Tobias Frank, Kirchenmusikdirektor in St. Lukas München. Corona-bedingt kann der 7. Münchner Orgelsommer das Kooperationsprojekt der Münchner Innenstadtkirchen nicht wie geplant stattfinden. Daher haben wir die Konzerte kurzerhand ins Internet verlagert. Auf der Webseite münchner-orgelsommer.de und auf dem YouTube-Kanal Münchner Orgelsommer werden bis 13. September 6 Online-Konzerte ausgestrahlt. Los geht es am 5. Juli. Sie dürfen sich auf bunte Programme und kleine Überraschungen von Gästen aus nah und fern freuen. Abonnieren Sie am besten gleich heute unseren YouTube-Kanal, damit Sie nichts mehr verpassen. Ich freue mich, wenn Sie uns auch online die Treue halten. Ich freue mich, wenn Sie uns auch online sehen.